Ich bin außerhalb von euch. 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 Ah! Diese Drogba haben mit Mächten hantiert, die sie nicht beherrschen sollten. Zweifellos besteht eine Verbindung zu den latenten Energien, die noch immer in diesen Felsen schlummern. Ich kann das nicht angreifen. Ich kann das nicht angreifen. Sie wissen jetzt, dass wir kommen. Ich hoffe, unsere Verbündeten können ihre Hauptstreitmacht so lange beschäftigen, bis unsere Mission erfolgreich war. Schnell, ab in die Fässer! Ich werde sie aufhalten und euch flussabwärts treffen! Der Unterkönig lässt die Knochen meines Vaters von Sklaven ausgraben? Er weiß nicht, mit welchen Mächten er spielt. Schauen wir eure Vorräte, Made! Habt ihr Waren? Ihr habt uns schon an unser Essen genommen? Das ist zu weit gekommen. Schauen wir alles ab! Dieser Abschaum versteckt Traktionen vor der Armee! Ihr kämpft nicht! Dann esst ihr auch nicht! Sie sind auch schon reichdelig magic. Scheول 11 Robin Spos. Sie sind auch schon reichd an. Das ist zu weit im Fall. 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 Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit im Fall. Das ist zu weit im Fall. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit im Fall. 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 Das ist zu weit im Fall im Fall. Das ist zu weit im Fall. Das ist zu weit im Fall. Das ist zu weit im Fall im Fall. Das ist zu weit im Fall. Das ist zu weit im Fall im Fall. Das ist zu weit 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 im Fall im Fall. Das ist zu weit im Fall. Das ist zu weit im Fall im Fall. Das ist zu weit im Fall im Fall. Das ist zu weit im Fall. Das ist zu weit im Fall. Das bast schnell Das ist zu weit im Fall. Das ist zu weit im Fall. Das ist zu weit im Fall. der entscheidenden Stunde in fähigen Händen. Ich werde diese Wände schlagen, bevor ich euch meinen Hammer überlassen werde, dem Volk noch zermalm. Ich muss näher ran. Ich brauche ein Ziehen. Wir wollen noch zermalm. Ich bin aufgereist. Wie ist das möglich? Ich... ich bin der Auserwählte. Der Hammer hat euch nie erwählt, Darkrul. Er wählt einen Träger von wahrer Stärke. Und ihr seid diesem Anspruch nicht gewachsen. Es ist vollbracht, Helden. Jetzt da Darkrul tot ist und wir den Hammer zurück haben, sind die Trogba geschlagen. Nun können wir uns der schweren Aufgabe widmen, die Stämmel wieder zu vereinen. Aber das Gleichgewicht auf dem Hochberg ist wieder hergestellt. Dank euch ist die Macht des wahnsinnigen Königs Darkrul gebrochen. Nun erfordern andere Familienangelegenheiten meine Aufmerksamkeit. Lebt wohl. Ich hoffe, unser nächstes Treffen hat einen friedlicheren Anlass. Die Trogba Was ist zu weit im Fahrt? Ich bin außer Reichweite. Eure Mordgöttin hat hier keine Macht. Eure Mordgöttin hat hier keine Macht. Eure Mordgöttin hat hier keine Macht. Ich werde die Dunkelheit in euch erwecken. Der Tod wird uns nicht aufheben. Nein! Dieses Land gehört bereits uns! Seidt mir Eure Eingrottel! Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Ich kann nicht mehr tragen. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Das war's für heute. Ich bin außer Reichweite. Mit Dualwächter, bereitet euch vor. Das ist zu weit gekommen. Wir werden sie nicht enttäuschen. Ich habe kein Ziel. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit gekommen. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Kraft. Ich bin außer Reichweite. Wir hätten zu lösen. Dann kommt überraschend. Wirź nie. Ah! 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 Bah! Eindringlinge! Sie werden nicht weit kommen! Ah! Anomm tenemos dich gut! für den Vang bad! Die Barbein! Schon werde davon verraten! So können wir uns verletzen, nur ich und ich und meine Wachen. Die Sturme, könnt ihr nicht aufhalten. 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 Ich bin außerhalb. Das ist zu weit, nicht aufhalten. Ich muss näher ran. Mir scheint, wir haben Störenfriede. Ich bin außerhalb. 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 Das war's für heute. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außerhalb da. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außerhalb der Welt. Ich bin außerhalb der Welt. Ich bin außerhalb der Welt. Das ist zu weit entfernt. Ich muss näher ran. Ich bin außerhalb der Welt. Ich muss näher ran. Ich habe kein Ziel. Ich habe kein Ziel. Ich habe kein Ziel. Ich muss nicht aufhalten. Ich muss mich zu weit entfernt. Ich muss doch mal weit ziehen. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer reichert. Ich habe kein Ziel. Inventar ist voll. Ich bin außer reichweite. Das ist zu weit im Kern. Ich bin außer reichweite. 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 Inventar ist voll. 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 Das war's für heute. Ich kann nicht mehr tragen. Ich muss näher ran. Inventar ist voll. Eindringen wir werden reiden. Ihr werdet reinkragen und allwollt dahin siegen. Das ist... Das muss ein Lottum sein. Ein wohlverdienter Sieg. Dennoch müssen wir wachsam bleiben. Xavius lauert noch tief im Albtraum, unbesiegt. Dieser Gegner war lediglich sein Schatten. Xavius. 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 Ach, ein Ziel. Ach, ein Ziel. Ich muss das. Lange habe ich die Ankunft furchtloser Champions erwartet. Seht die Hallen der Papferkeit. Ihr wird sich zeigen, woraus ihr gemacht seid. Seid ihr hürdig, soll die Aegis von Agramar euch gehören. Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Nun ist es an mir zu rechnen. Haltet die Forte um jeden Platz. Das Blut der Unglöden wird durch diese Hallen verliezen. Das Blut der Unglöden wird durch diese Hallen fließen. Vor euch liegt eure nächste Prüfung. Besiegt Pyria und Fenway. Beweist mir, dass ihr würdig seid. das Blut des Blitz. Oh, mein Ziel. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Was ist zu Ihnen gekommen? Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Ich habe ihr Recht auf dieses heiligste aller Rituale. Nun soll sie ihr vorsteigen als eine meiner erwählten Walken. Das ist zu weit entfernt. Es ist verständlich, Sven. Keineswegs. Ich bin aufgeregt. Mein Leben hat einzig zu diesem glorreichen Moment geführt. Die Worte einer wahren Walken. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Wochenende. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außerrhein. Ich bin temporal światques. Ich bin außer Reichweite. Aber ich bin außer Reichweite. Das Lichter strahlt auf ewig mit euch, Hürja. Hürja, der Zahn des Sturms dient eurem Wort. Ich werde nicht versagen, Ejir! In Wort aus diesen heiligen Hallen! Vergebt mir, Ejir! Ich habe euch enttäuscht! Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Hey! Ich bin außer Reichweite. Der mächtige Fenrir durchstreift dieses Gebet. Um dieses Wildtier zu töten, bedarf es Gerissenheit und List. Ein perfekter Test für eure Würdigkeit. Das ist zu weit ins Land. Brauche ein Ziel. Ich kann nicht mehr tragen. Gebet. 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 Ich bin außer Reichweite. Gebet. 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 Ah! Ich bin außer deiner Seite. Ich bin außer deiner Seite. Habt meinen Segen errungen, Champions. Ich erwarte euch in der Halle des Rums. Ich bin außer deiner Seite. In euren Prüfungen habt ihr Stärke, Geschick und Verstand bewiesen. Eigenschaften, die nur die Größten aller Phönige der Nukul besitzen. Nun, werdet ihr euch mit ihnen messen? Seid ihr siegreich, dann könnt ihr eure Trophäen beanspruchen. Ich gebe mich dem Akkult hin. Ich werde euren Tod genießen. Ich bin außer deiner Seite. Wo sie gescheitert sind, werden sie ihr bestehen. Ich bin geschlagen. Ich bin sieger, seine Worte. Die Ergis von Agrama soll euch gehören. Nein, auch ich habe mich bewiesen, Odin. Ich bin Gottkönig Skowald. Diese Sterblichen werden mir die Ergis nicht streitig machen. Die Sieger haben ihren Anspruch geltend gemacht, Skowald. Wie es ihr Recht ist. Euer Protest kommt zu spät. Wenn sie die Ergis nicht aus freien Stöcken übergeben, dann soll ihr Tod mir diesen Dienst erweisen. Gebt die Ergis auf oder sterbt! Bremst ihr nicht! Die Ergis gehört den rechtmäßigen Stöckern! Was ist zu weit entfernt? Meine Pläne zerstört! Höchst beeindruckend! Ich hielt die Kräfte der Valadja stets für unerreicht. Und dennoch steht ihr hier vor mir. Eine letzte Prüfung erwartet euch noch. Ich! Triumphiert ihr, werde ich selbst eure Namen in diese heiligen Hallen meißeln und euch eine würdige Belohnung gewähren. Erzählt mir von euren Kämpfen! Seit Äonen hatte ich keinen würdigen Gegner. Lasst den Kampf beginnen! Einheim, wie der meinigen seid ihr nie begegnet! Genug! Ich gebe auf! Ihr seid wahrhaft bemerkenswerte Kreaturen! Nun, wie versprochen, eure gerechte Belohnung! Habt ihr diesen Hallen Ehre gemacht? Ich bin ein Heim von Kreaturen-Greisen, wenn ihr ihn gewählt für die Kreaturen-Greisen aufgestellt? Sie haben auch einen Weg! Sie sind nach Peyubert und ihm unterschiedliche Musik. Sie sind nach der Kreaturen-Greisen und nachdenken Sie haben. der Kreaturenne ist erschrecken wie ein Einheimatiker. Sie sind nach der Kreaturen-Greisen. Sie sind nach der Kreaturen-Greisen. Sie sind nach pewnoin. Sie sind im Lauf-Greisen-Greisen. Und Sie sind nach der Kreaturen-Greisen. Der Schildträger könnte nicht zu einem besseren Zeitpunkt eintreffen. Ihr werdet seine Stärke brauchen. Der Schildträger könnte nicht zu einem besseren Zeitpunkt eintreffen. Der Schildträger könnte nicht zu einem besseren Zeitpunkt eintreffen. Der Schildträger könnte nicht zu einem besseren Zeitpunkt eintreffen. Der Schildträger könnte nicht zu einem besseren Zeitpunkt eintreffen. Der Schildträger könnte nicht zu einem besseren Zeitpunkt eintreffen. Der Schildträger könnte nicht zu einem besseren Zeitpunkt als eines der Schildträgeräts. Der Schildträger könnte nicht zu einem besseren Zeitpunkt eintreffen. Das ist zu weit entfernt. Nicht näher ran. Nicht näher ran. Nicht näher ran. Nicht näher ran. Ich kann das nicht angehen. Ich kann das nicht angehen. Ich kann das nicht angehen. Ich muss los. Ich kann das nicht angehen. 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 Das ist zu weit entfernt. Ich kann das nicht angehen. 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 Und das ist weg. Ich kann das nicht angehen. Ich kann das nicht angehen. Ich will auserreißen. Was ist zu weit im Fall, ne? Ich kann nicht mehr tragen. Ich bin außer Reichweite. Ich habe kein Ziel. Seht gut hin, Navarok. Ich will, dass ihr eure Helden sterben seht. Der Hof der Felste lässt sich geben euch auf. Ihr werdet die Macht von Kaskorod niemals beherrschen. Ich muss näher ran. Also fühlt sich zerbrechen an. Der Hof der Lieblingszirgen! Ich bin auserreißen. Ich bin auserreißen. Das war's Gaefus. Ich bin auserreißen. Wir haben ein anderes Schleswig-Rudel. Ich bin auserreißen. 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 Ich bin auch der Aufwärter. Ihr teuer Würmer! Erhebt euch! Wenn Sie die Beschwörung auslösen, können wir nicht mehr zu sagen. Wut! Nein! Erwachsen! Es wird ein Fest! Aus eurem Knochen! Wut! 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 Das ist ja, Rahn. Wir haben keine Zeit mehr! Wir müssen Dargul jetzt angreisen! Verzeiht, Helden. Es scheint, der Schatz, den ihr sucht, befindet sich am anderen Ende dieser Bestie. Die Tauren glauben, ihr sei dazu bestimmt, meinen Angriff zu stehlen! Wohahaha! Lecker! Seien Sie Gott offen! Dann seht ihr, was passiert, wenn man sich gegen den Auserwählten der Macht der Kinnale stellt! Ich bin Auserwählten. Ich muss nicht. rettet Sie! Woha! 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 Ich habe eure Taten mit Stolz verfolgt und bin sicher, dass du in dieser entscheidenden Stunde in fähigem Ende bist. Ich bin außer Reiter. Verreiß dich! Verreiß dich! Ich werde diese Welt zerschlagen, bevor ich euch einen Heuerberg gewollten Knochen zermalmen. Die Erde weht und dröhnt auf Meilenbefehl. Die Erde weht und dröhnt auf Meilenbefehl. Der Berg wird eure Knochen zermalmen. Wie ist das möglich? Ich kann nichts mehr tragen. Ich bin der Auserwählte. Der Hammer hat euch nie erwählt, Darkul. Er wählt einen Träger von wahrer Stärke. Und ihr seid diesem Anspruch nicht gewachsen. Es ist vollbracht, Helden. Jetzt, da Darkul tot ist und wir den Hammer zurückhaben, sind die Trogba geschlagen. Nun können wir uns der schweren Aufgabe widmen, die Stämme wieder zu vereinen. Aber das Gleichgewicht auf dem Hochberg ist wieder hergestellt. Das Gleichgewicht auf dem Hochberg ist wieder hergestellt. Inventar ist voll. Ich habe kein Ziel. Ich kann nicht mehr tragen. Ich habe kein Ziel. Ihr kommt rechtzeitig für den ersten Schlag der Legion gegen Dalaran. Diese Gefangenen werden die Straßen in Blut tränken. Nur schade, dass ihr das nicht miterleben werdet. Braucht ihr Hilfe? Seid gegrüßt. Das Licht sei mit euch. Achtung. Was ist das? Ich muss näher ran. 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 Ich spüre große Wut und Verbitterung in diesem Gnom. Sie hat diese Gefühle so lange unterdrückt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie explodiert. Ich habe mich gerade ein bisschen am Strand entspannt, als mich plötzlich ein unheilvolles Grauen überkam. Ich frage mich, was ihr so treibt. Moment! Diese Stimme kenne ich. Oh weh! Was habt ihr getan? Schnell wieder in die Zelle mit ihr! Milhouse! Jetzt bist du dran! Bereit zu explodieren? Kommt ihr, schau auf die Eichhörchen-Bomben, bevor ihr euch über ihre Haare durchsteht. Ich zeige euch nicht, aber das macht es echt. Schau auf die Eichhörchen-Bomben! Mein Hals kaputt! Verstand es! Das ist zu weit entfernt. Das ist überhaupt nicht mein Name! Danke auch! Ihr habt keine Ahnung, was ihr heute auf die Welt losgelassen habt! Rein zufällig muss ich mich ganz dringend um etwas kümmern! Nein, das ist gott. Die Ah! Ich muss näher ran. 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 Eure Rüstung schützt euch gegen Klinge und Klaue, doch nicht gegen diesen Gesichtslosen. Sein Flüstern allein kann Sterbliche in den Wahnsinn treiben. Ich muss näher ran. 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 Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. 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 Sprecht schnell! Bewegung! Das Licht sei mit euch. Ziehe den Ehrenfreund. Lasst uns reden. Fast Mut. Wir sind nicht allein. 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 Ich muss näher. Ich muss näher. Ich muss näher. Wir werden sie nicht enttäuschen. Das ist zu weit entfernt. Ich muss näher ran. 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 Das war's für heute. Das ist zu weit im... Ich bin außer Reichweite. 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 Ich kann das nicht angreifen. Ich bin außer Reichweite. 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 Ich bin außer außer Reichweite. Ich bin 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 ganz ohr. 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 Das ist zu weit entfernt. Fahrt mit dem Ritualbaum! Ich kümmere mich um diese Wörter! Wartet's nur ab! Das Wasser steigt! Ein Sturm breit sich zusammen! Ich bin außer Reichweite! Spielt ihr die Winde? Sie kommen euch holen! Ich bin außer Reichweite! Ich muss näher ran! Ich bin außer Reichweite! Ich muss näher ran! Ich brauche ein Ziel! Ich brauche ein Ziel! Was ist zu weit entfernt? Ich muss näher ran! Das ist zu weit. 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 Wie lange könnt ihr wohl den Atem anhalten? Die Erde erzittert vor der kommenden Schlucht. Das ist zu weit. 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 Ich muss näher ran. Ich brauche ein Ziel. Das ist zu weit im Plan. Das ist zu weit im Plan. Ich brauche ein Ziel. Ich habe Schrecken gesehen, die eure finstersten Albträume in den Schatten stellen. Doch nie etwas derart Furchterregendes. Eine wütende, gnomische Erfinderin. Endlich frei von dieser verfluchten Falle. So ein... Hey da! Ich habe mich gerade ein bisschen am Strand entspannt, als mich plötzlich ein unheilvolles Grauen überkam. Ich frage mich, was ihr so treibt. Moment! Diese Stimme kenne ich. Oh weh! Was habt ihr getan? Schnell wieder in die Zelle mit ihr! Milhouse! Jetzt bist du dran! Schnell bereit zu explodieren! Entschafft die Eichhörnchenbomben! Bevor die Eichhörnchenbomben! Bevor die Eichhörnchenbomben! Schnell euch über ihre Haare zurück! Ist eigentlich nicht, aber das hat sie nicht! Sauer! Mein Haar ist kaputt! Mein Haar ist kaputt! Hör mir auf mit Millie! Millhouse-Jerrymus-Mana-Sturm! Jetzt setzt es was! Das ist überhaupt nicht mein Name! Danke auch! Ihr habt keine Ahnung, was ihr heute auf die Welt losgelassen habt! Danke! Zufällig muss ich mich ganz dringend um etwas kümmern! Ja! Danke! Ja! 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 Was ist das? 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 Wie darf ich helfen? Wie darf ich helfen? Was ist das? Ja. 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 Beait euch, Freunde! Jeden Moment, den wir hier verkeuten, schüttet Dark Brule mehr von unseren Verbündeten. Meines Vaters uralter Hort, das Gestein pulsiert noch immer vor Energie, die besser un deutlich bleibt. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Ich habe kein Ziel, oder? Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit empfänglich. Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Ich muss näher ran. Ich muss näher ran. Ich muss näher ran. Diese Drogba haben mit Mächten hantiert, die sie nicht beherrschen sollten. Zweifellos besteht eine Verbindung zu den latenten Energien, die noch immer in diesen Felsen schlummern. Navarok, Verräter! Ihr führt diese Einbringlinge gegen uns ins Feld! Ularok! Dargul darf den Hammer nicht kontrollieren! Er wird den Hochberg damit zerstören! Nicht der Oman! Sei's drum. Ich werde jeden Moment davon genießen. Rokmura, zerschmettert sie! 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 Schnell, ab in die Fässer! Ich werde sie aufhalten und euch flussabwärts treffen! Der Unterkönig lässt die Knochen meines Vaters von Sklaven ausgraben? Wo versteckt ihr eure Vorherspiegel? Wo versteckt ihr eure Vorherspiegel? Mardel! Den außer Reichweite! Auf der Bahn! Ihr habt uns schon an unser Essen genommen! Schubt alles ab, diese Anschauung von Generationen vor der Armee! Ihr kämpft nicht, dann esst ihr auch nicht! Schubt alles ab, diese Schubt alles ab, diese Schubt alles ab! Ja! 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 Ich werde sie aufhalten, sie an. Ich werde sie aufhalten. Wir müssen sie aufhalten! Ich bin auch so in Reichweiten. Ich muss mehr. Ich bin auch so in Reichweiten. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen Dargrul jetzt angreisen. Verzeiht, Helden. Es scheint, der Schatz, den ihr sucht, befindet sich am anderen Ende dieser Bestie. Die Tauben glauben, ihr seid dazu beschrieben, meinen Hacker zu stehlen? Lächerlich! Seien sie nur kommen. Dann seht ihr, was passiert? Wer wird sich gegen den Haus schreien? Das ist zu weit sein. Ich bin aus dem Reichweite. Es ist zu weit im Reichweite. Verzeih, ich muss euch hier verlassen. Doch wisst, ich habe eure Taten mit Stolz verweilt. Und den Sicherheitsdruckwerk ist nun dieser entscheidenden Stunde die Fehl im Reichweite. Zerreiß dich! Zerreiß dich! Verzeih, ich bin aus dem Reichweite. Ich bin aus dem Reichweite. Ich brauche ein Schuh! Was ist zu weit im Reichweiten? Ich bin ausreichbar! Ich bin ausreichbar! Ich muss näher ran! Ich muss näher ran! Ja, Versuch nur, wir in Apern zu leben! Ihr werdet eure Knochen zermalmen. Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Ihr werdet eure Knochen zermalmen. Der Hammer hat euch nie erwählt, Darkoel. Er wählt einen Träger von wahrer Stärke. Und ihr seid diesem Anspruch nicht gewachsen. Es ist vollbracht, Helden. Jetzt, da Darkoel tot ist und wir den Hammer zurückhaben, sind die Trogba geschlagen. Nun können wir uns der schweren Aufgabe widmen, die Stämme wieder zu vereinen. Aber das Gleichgewicht auf dem Hochberg ist wieder hergestellt. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich bin ausgereicht. Ich bin ausgereicht. Ich bin ausgereicht. Ich bin ausgereicht. Ah! Das ist zu weit im Fall. Das ist ein Ziel. So treffen wir nicht, Schlaffchenkling. Nur ihr und ich und meine Paaren. Was noch an, vertrinkt sie! Ihr Stumme! Könnt ihr nicht aufhalten? Ich bin außer Reichland. Ich muss näher ran. Ich brauche ein Ziel. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außerreich. Ich bin außerreich. Sie hat noch nicht aufhalten. Dann versuchen wir es zu nehmen. Also, war es ein Ziel. Das ist leer, oder? Das ist leer, oder? Mir scheint, wir haben Störenfriede. Fahrt mit dem Ritualpaar! Ich schwöre mich um diese Sorgen! Kommt, Landbewohner! Das Wasser steigt! Es gibt kein Entkommen! Spielt ihr die Binde? Sie können euch holen! Das ist zu weit entfernt! Ich muss näher ran! Ich bin außer Reichweite! 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 Ist das zu sein? Das war's für heute. 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 Ich wittere den Albtraum in eurem Blut. Verschwindet aus diesem Wald oder spürt den Zorn der Natur. Entfeiern. Ihr seid es also, die diese Wälder mit dem Albtraum vergibten. Ich werde euch den Albtraum austreiben. Was führt ihr da in der Hand rum? Was ist zu weit, wenn ich mich? Eure Macht brennt. Andu Palazor! Ich bin außer Reichweite. Jetzt sieh dich. Ich bin der Entweiher. Glück! Genießt es und betet, dass ich nicht der Nächste bin. Sie werden bestens gerüstet sein. Denn eure wahre Macht endet an der Schwelle des Albtraums. Schweigt immer nicht, ihr Licht. Öffnet eurem Mund erneut und es wird ein Schrei nach dem Nadel sein. Albtraum. Ah! 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 Ich bin zu weit im Fluch. Ich bin zu näher heran. Ich bin zu weit im Fluch. Ich bin zu weit im Fluch. Noch ein Ziel. Ich muss näher heran. Ich bin außer Reichweiten. Ich bin zu wenigstens. Ah, ne? Lauf anz. Lauf anz. Mit meinem Stamm rand ich euch in den Schlamm. Hätte ich doch besser vorher auf Holz geklopft. Eine Schande. Mir kam soweit nur, um durch Xavius' Hand zu sterben. Leere Drogen. Ich bin außer Reichweite. Ihr habt keine Macht über diese Welt, Albtraumfürst. Gefagte Worte für einen Gefangenen, der von dem bloßen Ich und meiner Macht überwältigt wurde. Geh! Geh! Yeah! Das war's. Was ist das? 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 Ich habe kein Ziel. Das ist zu weit im Fall. Ich bin außer Reichweite. Was ist das? Was ist das? Das ist zu weit entfernt. Was macht ihr da? Wollt ihr mich zum Lachen bringen? Was ist das? Das ist das? Was ist das? Das ist das? Was 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 ist das? Sie wissen das? Was ist das? Ich hoffe unsere Verbündeten können ihre Hauptstreitmacht so lange beschäftigen, bis unsere Mission erfolgreich war. Schnell! Ab in die Fässer! Ich werde sie aufhalten und euch flussabwärts treffen! Was ist das? Der Unterkönig lässt die Knochen meines Vaters von Sklaven ausgraben? Wo versteckt ihr eure Vorräte? Made! Das ist zu weit entfernt! Frau der Warmen! Ihr habt uns schon all unser Essen genommen! Sucht alles ab! Dieser Abschau versteckt Traktionen vor der Armee! Der Armee zieht ihr Böden. Der Abwärtsstil kann der Armee rauskommen! Der Abwärtsstil kann der Abwärtsstil nicht durch die Fertur und die Abwärtsstil nicht. Und das wäre nett, wenn wir die Böden! Ja, warum? Die Abwärtsstilverluste! Soll ich vier ihrのは? Die Abwärtsstil nicht mehr oder? Wir kommen zu, die Abwärtsstil, aber das ist sehr nun der Abwärtsstil! Jetzt müssen wir die Abwärtsstil. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Geh! Ich bin außer Reitweiter. Ich bin außer Reitweiter. Ich brauche ein Ziel. Ich bin außer Reitweiter. Das ist zu weit entfernt. Seht gut hin, Navarok. Ich will, dass eure Helden sterben sehen. Ich bin außer Reitweiter. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reitweiter. Ihr werdet die Macht von Kastrohaut niemals behalten. Kastrohaut ist ein Geist. Abbrechen an. Das war's für heute. Ihr Trauer Würmer, erhebt euch! Wenn die Beschwörung abschließt, kommen wir nicht mehr zu Dall-Rudo. Was macht ihr, wir verhischten? Aus eurem Knochen! Was macht ihr? Was macht ihr? Wir haben keine Zeit mehr! Wir müssen Dall-Rul jetzt angreisen! Verzeiht, Helden. Es scheint, der Schatz, den ihr sucht, befindet sich am anderen Ende dieser Bestie. Die Trauren glauben, ihr seid dazu bestimmt, meinen Hammer zu stehlen? Lächerlich! Seien Sie nur kommen! Dann seht ihr, was passiert, wenn man sich gegen den Auserwählten mit der Macht der Titanen stellt! Ich muss nerven! Ja. 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 Es ist zu weit entfernt. Ich brauche ein Ziel. Verzeihung, ich muss euch hier verlassen. Doch wisset, ich habe eure Taten mit Stolz verfolgt und bin sicher, der mitwärtig ist in dieser entscheidenden Stunde in fähigen Händen. Zerreiß dich! Zerreiß dich! Ich bin außerhalb der Geist. Das ist die Welt, die ich hier verletzen kann. Ich muss mehr heran. Ja! Versuch! Nur, mir den Hammer mit zu der Welt, wir wollen noch zermallen! Die Erde will und träumt auf meinen Befehl. Der Hammer hat euch nie erwählt, Darkul. Er wählt einen Träger von wahrer Stärke. Und ihr seid diesem Anspruch nicht gewachsen. Es ist vollbracht, Helden. Jetzt, da Darkul tot ist und wir den Hammer zurückhaben, sind die Trogba geschlagen. Nun können wir uns der schweren Aufgabe widmen, die Stämme wieder zu vereinen. Aber das Gleichgewicht auf dem Hochberg ist wieder hergestellt. Ich liefere nur feinste Waren. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Mögen die Reisen sicher sein. Schönen Tag. Was führt euch hierher? 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 Ich muss hierher? Was führt euch hierher? Was führt euch hierher? Was führt euch hierher? Was führt euch hierher? Ich muss hierher? Ich muss hierher? Ich muss hierherher? 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 Ich muss hierherherher? Ich muss hierherherher? Das war's für heute. 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 Das ist zu weit entfernt. Das war's für heute. Ich habe ganz, ganz viele wach. Das war's für heute. Ich bin außer Reichweite. 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 Und dennoch steht ihr hier vor mir. Eine letzte Prüfung erwartet euch noch. Ich. Triumphiert ihr, werde ich selbst eure Namen in diese heiligen Hallen meißeln und euch eine würdige Belohnung gewähren. Mein Valachar. Welche Siege habt ihr mir zu verkünden? Seit Äonen hatte ich keinen würdigen Gegner. Lasst den Kampf beginnen! Geht auf, oder ihr spürt meine wahre Macht! Ich bin außer Reichweite. Geht auf, oder ihr seid wahrhaft bemerkenswerte Kreaturen. Nun, wie versprochen, eure gerechte Belohnung. Ich gebe auf, ihr seid wahrhaft bemerkenswerte Kreaturen. Geht auf! Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. 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 Die Verdahlwechler! Bereitet euch vor! Wir werden sie nicht enttäuschen! Das war's für heute. Das war's. 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 Oh! Ah! Nein. Nein. Uf! Ayo. Das war's. Seid vorsichtig. Seid gegrüßt. Viel Glück. Ich habe alles geopfert. Was habt ihr aufgegeben? Falls wir uns nicht wiedersehen... Willkommen! Die Legion wird fallen. Hey, wie geht's euch? Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Beallt euch, Freunde! Jeden Moment, den wir hier vergeuden, tötet Dargrul mehr von unseren Verbündeten! Meines Vaters uralter Hort, das Gestein pulsiert noch immer vor Energie, die besser unberührt wird. Geil, 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 Geil! Geil, Geil! Geil, Geil, Geil! Geil, Geil, Geil! Diese Drogba haben eine Flächten hantiert, die sie nicht beherrschen sollten. Zweifellos besteht eine Verbindung zu den latenten Energien, die noch immer in diesen Felsen schlummern. Navorok, Verräter! Ihr führt diese Einbringlinge gegen uns ins Feld! Ularok! Dargul darf den Hammer nicht kontrollieren! Er wird den Hochberg damit zerstören! Nicht der Oman! Sei's drum. Ich werde jeden Moment davon genießen. Rokmura! Zerschmettert sie! Und zerstreißen! Ich bin außer Reiseit. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Weiter entziehen. Ich bin auf die Feindseite. Ich bin außer Reichweite. 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 Seht gut hin, Navarok. Ich will, dass ihr eure Helden sterben seht. Ich hoffe, dass ihr euch schlift. Ich bin außer Reichweite. Also fühlt sich zerbrechen an. Das ist zu weit entfernt. Ich muss näher ran. Mortaler Würmer, erhebt euch! Wenn sie die Beschwörung abschließen, kommen wir nicht mehr zu Dargul durch! Was? Nein! zuschritte Entschuldigung! Das ist Survive and Found. Ich bin aus der Reichweite. Wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen Dargrul jetzt angreifen. Verzeiht, Helden. Es scheint, der Schatz, den ihr sucht, befindet sich am anderen Ende dieser Bestie. Die Tauben glauben, ihr seid dazu bestickt, meinen Hammer zu stehlen? Was ist Survive and Found? Seien Sie nur trocken. Dann seht ihr, was passiert, wenn man sich gegen den Auserwälder mit der Macht der vitalen Welt. Verreiß dich! Verzeiht, ich muss euch hier verlassen. Doch wisset, ich habe eure Taten mit Stolz verkauft und bin sicher, dass ich höchwert ist in dieser entscheidenden Stunde. Ich werde diese Welt zerschlagen! Ich schoiere euch einen Hammer! Wir wollen Knoppen zermalmen! Ich werde wehen und gräst dich aus meinem Gesicht! Ich werde wehen und gräst dich aus meinem Gesicht! Ich, ich, ich bin der Auserwählen! Der Hammer hat euch nie erwählt, Dargul. Er wählt einen Träger von wahrer Stärke. Und ihr seid diesem Anspruch nicht gewachsen. Es ist vollbracht, Helden. Jetzt, da Dargul tot ist und wir den Hammer zurückhaben, sind die Trogba geschlagen. Nun können wir uns der schweren Aufgabe widmen, die Stämme wieder zu vereinen. Aber das Gleichgewicht auf dem Hochberg ist wieder hergestellt. Und hier sind wir die Trogba. Ich werde noch so sehr gut abonnt. Ich werde mich nicht machen, wenn er mir liest. Du hast uns da gewonnen gehört. Ich werde mich durch das Herz gehen. Hände ich mich um, dass du das bei mir sowohl bist. Ich werde mich nicht mit mir bemerken. Aber das war das сообщsteht. Grüße. Ich diene einer größeren Macht. Was führt euch hierher? Was führt euch hierher? Was führt euch hierher? Ah! Haaa! Oh! Ah! Wer sich näher in den Weg stellt, blickt lediglich einem frühen Krahl vollem Tod entgegen. Diese Worte von Xavios Schatten. Seid still, Wurm. Mit euch befasse ich mich in Kürze. Die Worte von Xavios Schatten. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Geh! Was ist das? Noch ein Ziel. Entweiher, ich wittere den Albtraum in eurem Blut. Verschwindet aus diesem Wald oder spürt den Zorn der Natur. Entweiher, ihr seid es also, wie diese Wälder mit dem Albtraum vergiften. Werdet durch Klauen und Zähne geläutert. Andu Faladon! Ich werde euch den Albtraum austreiben! Der Albtraum vernebelt meine Gedanken nicht mehr. Glück! Genießt es und betet, dass ich nicht der Nächste bin! Sie werden bestens gerüstet sein. Denn eure wahre Macht endet an der Schwelle des Albtraums. Feigt ihr Männchen nicht! Öffnet eurem Mund erneut und es wird ein Schrein am Gnade sein! Sie werden nicht der Verteidenschaft, sondern die Verteidenschaft, wenn sie nicht öffnen. Geht ihr Männchen nicht! Geht ihr euch! Sie werden dann auf den Weg! Sie werden Deine! Das war's. Ich bin außer Reichweiten. Ich bin außer Reichweiten. Ich bin außer Reichweiten. Hätte ich doch besser vorher auf Holz geklopft. Eine Schande. Ihr kamt soweit, nur um durch Xavius' Hand zu sterben. Leere Drohungen. Ihr habt keine Macht über diese Welt, Albtraumfürst. Gewagte Worte für einen Gefangenen, der von dem bloßen Ich und meiner Macht überwältigt wurde. Ich muss näher ran. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweiten. Ich bin außer Reichweiten. Ich bin außer Reichweiten. Ich bin außer Reichweiten. Oh, shit. Ich muss näher warten. Das ist zu weit im Kopf. Ich muss näher warten. Ich muss näher warten. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher warten. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher warten. Ich muss näher warten. Ich muss näher warten. Mein Gott kann nicht besiegt werden. Ein wohlverdienter Sieg. Das ist zu weit entfernt. Ich muss näher warten. Ich bin außer Reichweite. 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 Und außer Reichweite. Und meine Wachen. Stimme. Könnt ihr nicht aufhalten. Stimme. Das ist zu weit entfernt. Ich muss näher ran. Zitrigen. 1. Zitrigen. Zitrigen! Zitrigen. Ich bin außer Reichweite. Mir scheint, wir haben störenden Friede. Ich muss näher ran. Fahrt mit dem Ritual vor. Ich kümmere mich an diese Brauma. Das Wasser steigt. Es gibt kein Entkommen. Das ist zu weit geworden. Steht ihr die Winde? Sie können euch holen. Das ist zu weit geworden. Ich habe kein Ziel. Ich bin außer Reiflein. Ich muss näher ran. Ich bin außer Reiflein. Ich bin außer Reiflein. Ich bin zu weit im Fall. Ich bin außer Reiflein. Ah! Das war's. Das ist zu weit entfernt. Ihr Schwefflinge werdet in diesen Wellen ertrinken. Schade, dass ihr ohne Luft nicht überlebt. Die Erde erzittert vor der kommenden Schlussmeere. Feind meinen Befehl! Das war's. Das war's. Aber meine Königin wird es nicht. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin außer Reichweite Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin außer Reichweite Lange habe ich die Ankunft furchtlicher Champions erwartet Hier wird sich zeigen, woraus ihr gemacht seid Seid ihr würdelt? Soll die Aegis von Ackermann euch würdeln? Ich bin außer Reichweite Die Unwürdigen werden schnell Ich bin außer Reichweite Und start my attack her! Toil des Fischers! Wir kommen zu den Kader! Toil des Fischers! Wir haben glorreicher Kampf. Ihr dürft passieren. Vor euch liegt eure nächste Prüfung. Besiegt Pyrrha und Fenu. Beweist mir, dass ihr würdig seid. Geht euch. Geht euch. Ich muss dieses Tier nicht anpacken. Das ist 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 Tier nicht anpacken. Ich bin aus dem Reichweiten. Ich muss näher. Ich bin aus dem Reichweiten. Ich muss näher. Das ist so gut. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit im Film. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Er kämpfte Petronia ihr Recht auf dieses heiligste aller Rituale. Nun soll sie hervorsteigen als eine meiner erwähnten Weibküder. Genare soll ewiglich durch diese gültigen Remond schlagen. Seid ihr mal gut, Spür, ja? Es ist verständlich! Keineswegs! Ich bin aufgeregt. Mein Leben hat einzig in diesem gewohrreitenden Moment geführt. Ich habe kein Ziel. Die Worte einer wahren Walkyr. Sterbliche Eindringlinge. Ich war Zeuge ihrer tarnen Stolz. Wir werden Lilias aufstecken, als Sterbe. Ohne Ehre, ohne Tum. Ich werde diese Hallen selbst von ihrer Macht erinnern. Ihr enträumt dieses Ritual mit eurer Anwesenheit, Sterbliche. Das Ritual ist nicht beendet. Diese Mehr auf die Zinkreipe von jeder Klavier-Achari-K ставieren! Nicht wirklich! Diesen Zinkreis Heavenly hat die Bericht aboniert. Die Schlagungen haben ihre Zeit geschützt. Sie sind doch in den Bericht aboniert. Sie sind doch nicht! Sie sind doch nicht! Sie sind doch nicht! Sie sind doch nicht! Der Zahn des Sturms dient eurem Bart. Das Licht erstrahlt auf ewig in euch, Høya. Ich bin außer Reichweite. Ich werde nicht versagen, Eir! Gehen fort aus diesen heiligen Hallen! Ich werde nicht versagen, Eir! Ich werde nicht versagen, Eir! Vergebt mir, Eir, ich habe euch enttäuscht! Ich werde nicht versagen, Eir! Der mächtige Fenrir durchstreift dieses Gebiet, um dieses Wildtier zu töten. Bedarf es Gewissenheit und Liest. Ein perfekter Test für eure Würdigkeit. Ich muss näher ran. Das ist zu weit entfernt. Ich muss näher ran. Ich muss näher ran. Ich muss näher ran. Gehen hart. Ich muss näher ran. Oh, 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 oh. Ah! Das war's für heute. 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 Mein Urteil lautet unwürdig. Das war's für heute. Wenn wir gescheitert sind, werden wir bestehen. Das ist zu weit im Fall. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich kann es nicht angreifen. Wir werden mir die Eggis nicht streitig machen. Die Sieger haben ihren Anspruch geltend gemacht, Skowald. Wie es ihr Recht ist. Euer Protest kommt zu spät. Wenn sie die Eggis nicht mehr, wenn sie die Eggis nicht aus freien Stücken übergeben, dann soll ihr Tod mir diesen Dienst erweisen. schieb die Eggis nicht mehr, schieb die Eggis nicht mehr, schieb die Eggis nicht mehr. Ich muss nicht mehr, schieb die Eggis nicht mehr, schieb die Eggis nicht mehr, schieb die Eggis nicht mehr. Ich muss nicht mehr, schieb die Eggis nicht mehr. Das ist zu weit im Fall. Die Eggis nicht mehr, schieb die Eggis nicht mehr, schieb die Eggis nicht mehr. Die Eggis nicht mehr, schieb die Eggis nicht mehr. Die Eggis nicht mehr, schieb die Eggis nicht mehr, schieb die Eggis nicht mehr. Die Eggis nicht mehr, schieb die Eggis nicht mehr, schieb die Eggis nicht mehr. Die Eggis nicht mehr, schieb die Eggis nicht mehr, schieb die Eggis nicht mehr. Die Eggis nicht mehr, schieb die Eggis nicht mehr, schieb die Eggis nicht mehr. Die Eggis nicht mehr, schieb die Eggis nicht mehr, schieb die Eggis nicht mehr. Die Eggis nicht mehr, schieb die Eggis nicht mehr, schieb die Eggis nicht mehr, schieb die Eggis nicht mehr. Höchst beeindruckend. Ich hielt die Kräfte der Valadja stets für unerreicht. Und dennoch steht ihr hier vor mir. Eine letzte Prüfung erwartet euch noch. Ich. Triumphiert ihr, werde ich selbst eure Namen in diese heiligen Hallen meißeln und euch eine würdige Belohnung gewähren. Mein Valadja. Seit Eronen hatte ich keinen würdigen Gegner. Lasst den Kampf beginnen! Lebt auf, oder ihr spürt meine wahre Macht! Genug. Ich gebe auf. Ihr seid wahrhaft bemerkenswerte Kreaturen. Nun, wie versprochen, eure gerechte Belohnung. Ich gebe auf. Das war's für heute. Das war's für heute. Noch ein Ziel. Das war's für heute. Das war's für heute. Wer sich mir in die Wind stellt, blickt lediglich einem frühen Kahn vollem Tod entgegen. Das war's für heute. Ich bin außer Reichweiter. Das war's für heute. Ich bin außer Reichweiter. Ich bin außer Reichweiter. Ich bin außer Reichweiter. Ich bin außer Reichweiter. Entweiher. Ich wittere den Albtraum in eurem Blut. Verschwindet aus diesem Wald oder spürt den Zorn der Natur. Ich bin außer Reichweiter. Ich bin außer Reichweiter. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweiter. 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 Ich bin außer außer Reichweiter. Ich bin außer Reichweiter. Das war's für heute. 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 Ich muss näher ran. Das war's für heute. 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 Danach wird. Die Legion, die Legion, Das war's für heute. 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 Ist das wursaal aus. Das war's für heute. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Diese Drogba haben mit Mächten hantiert, die sie nicht beherrschen sollten. Zweifellos besteht eine Verbindung zu den latenten Energien, die noch immer in diesen Felsen schlummern. Ich kann das nicht angreifen. Verräter! Ihr führt diese Eindringlinge gegen uns ins Feld! Ularok! Dargul darf den Hammer nicht kontrollieren! Er wird den Hochberg damit zerstören! Nicht erobern! Sei's drum. Ich werde jeden Moment davon genießen. Rokmura, zerschmettert sie! Rook! Zerstreiten! Das ist gerade im Hammer. Merde! Sie wissen jetzt, dass wir kommen. Ich hoffe, unsere Verbündeten können ihre Hauptstreitmacht so lange beschäftigen, bis unsere Mission erfolgreich war. Schnell! Ab in die Fässer! Ich werde sie aufhalten und euch flussabwärts treffen! Der Unterkönig lässt die Knochen meines Vaters von Sklaven ausgraben? Er weiß nicht, mit welchen Mächten er spielt. Wo versteckt ihr eure Vorräte, Made? Ihr habt uns schon an unser Essen genommen. Das ist zu weit gekommen. Schuhe alles ab! Dieser Abschaum versteckt Traktionen vor der Armee. Ihr kämpft nicht, dann esst ihr auch nicht. Ich bin auch sehr reißweifend. Ich habe mich über die Abangemacht. Ich weiß nicht, ich werde dich nicht mehr verlieren. Es ist zu weit wie zutageично zu weit kommen. Ich hab mich über die Abangemacht! Ich bin auch nicht über das, was ich nicht ärgerlich! Es hat sich über die Abangemacht verpasst. Also ist es noch nicht, wenn ich sie ziemlich das Auto hier in den Krieg halbe. Aber wir sind hier in den Krieg. Das ist zu weit entfallen. 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 Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfallen. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfallen. Das ist zu weit entfallen. Ich bin außer Reichweite. 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 Das ist zu weit entfallen. Ich bin außer Reichweite. 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 Das ist zu weit entfallen. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Es ist nur diese entscheidende Stunde in fähigen enden. Verreiß dich! Ich werde diese Welt zerschlagen, bevor ich euch einen Hammer überlasse. Ich werde diese Welt zerschlagen, bevor ich euch einen Hammer überlasse. Wie ist das möglich? Ich... ich bin der Auserwählte... Der Hammer hat euch nie erwählt, Darkrul. Er wählt einen Träger von wahrer Stärke. Und ihr seid diesem Anspruch nicht gewachsen. Es ist vollbracht, Helden. Jetzt, da Darkrul tot ist und wir den Hammer zurückhaben, sind die Trogba geschlagen. Nun können wir uns der schweren Aufgabe widmen, die Stimmel wieder zu vereinen. Aber das Gleichgewicht auf dem Hochberg ist wieder hergestellt. Dank euch ist die Macht des wahnsinnigen Königs Darkrul gebrochen. Nun erfordern andere Familienangelegenheiten meine Aufmerksamkeit. Lebt wohl. Ich hoffe, unser nächstes Treffen hat einen friedlicheren Anlass. Ich hoffe, wir sind über uns zu sagen. Ich bin der Rache, dass die Strecken aus dem Weg ist. Ich bin der Rache, ich bin der Rache, ich bin der Rache. Ich habe kein Ziel. Ich bin außer Reichweite. Eure Mondgöttin hat hier keine Macht. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Nein! Dieses Platz gehört bereits uns! Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Ich kann nicht mehr tragen. Ich bin außer Reichweite. 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 So können wir uns alle singen, nur ich und ich und meine Wachen. So können wir uns alle singen, nur ich und meine Wachen. So können wir uns alle singen, nur ich und meine Wachen. So können wir uns alle singen, nur ich und meine Wachen. So können wir uns alle singen, nur ich und meine Wachen. So können wir uns alle singen, nur ich und meine Wachen. So können wir uns alle singen, nur ich und meine Wachen. So können wir uns alle singen, nur ich und meine Wachen. So können wir uns alle singen, nur ich und meine Wachen. So können wir uns alle singen, nur ich und meine Wachen. So können wir uns alle singen, nur ich und meine Wachen. Das ist zu weit im Herzen. Ich muss näher ran. Wir haben Störenfriede. Mir scheint, wir haben Störenfriede. Wir werden sie bemerken. Ich kümmer mich um diese Würmer! Gott lacht bewohnt! Unerwärmlich! Das Wasser steigt! Spürt ihr die Winde? Sie kommen euch holen! Alternativ! Wüseyin, die ihr verletztet! Sie sind auf der Kiste! Spannet ihr Fenstens? Läden Sie in den Weg, in den Kiste geübt! Spannet ihr in den Kiste, den hier? Kiste! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist zu weit entfernt Ich bin außerhalb da Das ist zu weit entfernt Ich bin außer Reichweite Das ist zu weit entfernt Ich bin außerhalb des ZDF für funk Ich kann nicht mehr tragen Das ist zu weit entfernt Ich muss näher ran Der Tod wird uns nicht aufhalten Das ist zu weit entfernt Ich bin außerhalb da Ich bin außerhalb da Ich bin außerhalb des ZDF für funk, 2017 Das ist zu weit entfernt Ich bin außerhalb des ZDF für funk, 2017 Ich habe kein Ziel. Inventar ist voll. Ich bin außer Reichweite. 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 Ich kann nicht mehr tragen. Ich bin außer Reichweite. 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 Ich bin außer combine. Ich bin außer purpose sportsiv. Ich habe kein Thingsons ver FIRST. Das war's für heute. Ich kann nichts mehr tragen. Ich muss näher ran. Ich wittere den Albtraum in eurem Blut. Verschwindet aus diesem Wald oder spürt den Zorn der Natur! Ich bin die Personifizierung des Zorn der Natur! Der Albtraum vernebelt meine Gedanken nicht mehr! Glück! Genießt es und betet, dass ich nicht der Nächste bin! Sie werden bestens gerüstet sein, denn eure wahre Macht endet an der Schwelle des Albtraums! Zeigt ihr meine Gericht! Öffnet eure Mund erneut und es wird ein Schrei nach Gnade sein! Ich habe kein Ziel! Das ist zu weit entfernt! Ich habe kein Ziel! 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 Mit meinem Stamm ramm ich euch in den Schlamm! Ich habe kein Ziel! Ich habe kein Ziel! Ausgeklopft. Eine Schande. Ihr kamt soweit nur, um durch Xavius' Hand zu sterben. Leere Drohnen. Ihr habt keine Macht über diese Welt, Albtraumfürst. Gewagte Worte für einen Gefangenen, der von dem großen Ich und meiner Macht überwältigt wurde. Das ist zu weit und fern. Ich bin außerhalb der Welt. Ich muss näher rein. Ich muss nicht zählen. Ich brauche ein Ziel. Das ist zu weit und fern. Das war's hier. Inventarzt her. Ah! Ich kann nicht mehr tragen. Ich muss näher ran. Inventar ist voll. Eindringen wir werden leiden. Ihr werdet langfahren und allwurdeigen siechen. Das ist... Das muss ein Irrtum sein. Ein wohlverdienter Sieg. Dennoch müssen wir wachsam bleiben. Xavius lauert noch tief im Albtraum, unbesiegt. Dieser Gegner war lediglich sein Schatten. Das ist ein Irrtum. 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 Lange habe ich die Ankunft furchtloser Champions erwartet. Seht, die Hallen der Papferkeit. Hier wird sich zeigen, woraus ihr gemacht seid. Seid gehürdig, soll die Aegis von Akkama euch gehören. Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Nun ist es an mir zu rechnen. Haltet die Fahrt um jeden Platz. Das Blut der Unglose, du, wird euch diese Hallen verliezen. Das Blut der Unglose, du, wird euch diese Hallen fließen. Ein glorreiser Kampf. Ihr dürft passieren. Vor euch liegt eure nächste Prüfung. Besiegt Pyria und Fenway. Beweist mir, dass ihr würdig seid. Geh schreit. Untertitelung aufhörtert! Höchst du rechstet. Höchst du reichst! Höchst du reichst! Ich bin aus der Seite. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. 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 Ich bin außer außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer außer Reichweite. Ich bin außer außer Reichweite. Ja! Der mächtige Fenrir durchstreift dieses Gebiet. Um dieses Wildtier zu töten, bedarf es Gerissenheit und List. Ein perfekter Test für eure Würdigkeit. Das ist zu weit entfernt. 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 Seit E.O. hatte ich keinen würdigen Gegner. Lass den Kampf beginnen! Einhammer, wie der meinigen seid ihr nie begegnet! Genug. Ich gebe auf. Ihr seid wahrhaft bemerkenswerte Kreaturen. Nun, wie versprochen, eure gerechte Belohnung. Habt ihr diesen Hallen Ehre gemacht? Der Schildträger könnte nicht zu einem besseren Zeitpunkt eintreffen. Ihr werdet seine Stärke brauchen. Der Schildträger könnte nicht zu einem besseren Zeitpunkt eintreffen. Ihr werdet seine Stärke brauchen. Der Schildträger würde nicht mehr übernehmen. Ich muss jetzt mal wieder gehen. Ich muss jetzt mal ein bisschen weg. Ich muss jetzt mal ein bisschen weg. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh Gott! Beeilte euch, Freunde! Jeden Moment, den wir hier verkeuten, tötet Dargrun mehr von unseren Verbündeten! Meines Vaters uralter Hort, das Gestein pulsiert noch immer vor Energie, die besser unberührt bleibt. Geil, 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 Geil! Geil, 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 Geil! Geil, Geil, Geil! Geil, 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 Geil! Geil, 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 Geil! Geil, 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 Geil! Sei es drum, ich werde jeden Moment davon genießen. Rok-Mura, zerschmettert sie! Look! Verkraten! Borg! Borg! Nicht brechen! Sie wissen jetzt, dass wir kommen. Ich hoffe, unsere Verbündeten können ihre Hauptstreitmacht so lange beschäftigen, bis unsere Mission erfolgreich war. Schnell! Ab in die Fässer! Ich muss mehr. Ich will sie aufhalten und euch Flussarmwärts treffen. Der Unterkönig lässt die Knochen meines Vaters von Sklaven ausgraben? Wo versteckt ihr eure Vorräte, Made? Habt ihr behaben? Ihr habt uns schon an unsere Elf sieben Namen. Sucht alles an. Diese Armschauung versteckt Rationen von der Armee. Ihr kämpft nicht, dann esst ihr auch nicht. Ich bin außer Reinhard. Hier ist es wieder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Das ist zu weit und fährt. Nicht mehr, Rauper. Rauper entziehen. Ich bin aus der Reichweite. Inventar ist voll. Ich muss näher ran. Ich bin aus der Reichweite. Was ist zu weit und fährt? Was ist zu weit und fährt? Was ist zu weit und fährt? ich kann nicht mehr tragen ich bin außer reichweite ich habe kein ziel seht gut hin Navarok ich will das für eure Helden sterben seht der Hof der Fels legt sich gegen euch auf die Macht von Kaskoroth niemals beherrschen ich muss näher ran also fühlt sich zerbrechen an die 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 Ich bin auf der Aufmerksamkeit. Wenn Sie die Beschwörung abschließen, kommen wir nicht mehr zu dazulog. No! Na, Ratsch, es wird ein Fest. Er soll die Knochen packen. Echt? 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 Er ist gleich, aber... Die! Wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen Dargrul jetzt angreifen. Verzeiht, Helden. Es scheint, der Schatz, den ihr sucht, befindet sich am anderen Ende dieser Bestien. Die Tauren glauben, ihr sei dazu bestimmt, meinen Vater zu stehlen. Lächere. Seien Sie gut offen. Dann seht ihr, was passiert, wenn man sich gegen den Auserwälten der Macht, der die Arme kennt. Ich bin außerhalb. Ich muss nicht. Verzeih, ich muss euch hier verlassen. Doch wisst ihr, ich habe eure Taten mit Stolz verfolgt und bin sicher, die Rückfahrt ist nun dieser bescheidenden Stunde ein fähigem Ende. Ich bin außerhalb. Verreiß dich! Verreiß dich! Ich werde diese Welt zerschlagen, bevor ich euch einen Heuerböck gewollt noch zermalmen. Die Erde wehnt und dröhnt auf Meilen befiehen. Ich werde diese Welt mit eure Knochen zerweißen. Ich werde diese Welt zermalven. Ich werde sie nicht in der Geschichte. Ich werde sie nicht in der Küche lassen. Ich kann nichts mehr tragen. Ich bin der Auserwählte. Der Hammer hat euch nie erwählt, Darkul. Er wählt einen Träger von wahrer Stärke. Und ihr seid diesem Anspruch nicht gewachsen. Es ist vollbracht, Helden. Jetzt, da Darkul tot ist und wir den Hammer zurückhaben, sind die Trogba geschlagen. Nun können wir uns der schweren Aufgabe widmen, die Stämme wieder zu vereinen. Aber das Gleichgewicht auf dem Hochberg ist wieder hergestellt. Das Gleichgewicht auf dem Hochberg ist wieder hergestellt. Das Gleichgewicht auf dem Hochberg ist wieder hergestellt. Inventar ist voll. Ich habe kein Ziel. Ich kann nicht mehr tragen. Ihr kommt rechtzeitig für den ersten Schlag der Legion gegen Dalaran. Diese Gefangenen werden die Straßen in Blut tränken. Nur schade, dass ihr das nicht miterleben werdet. Braucht ihr Hilfe? Seid gegrüßt. Das Licht sei mit euch. Die Flucht sei mit euch. Seid gegrüßt. Das Licht sei mit euch. Die Flucht sei mit euch. Die Flucht sei mit euch. Ich muss näher ran. 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 Ich spüre große Wut und Verbitterung in diesem Gnom. Sie hat diese Gefühle so lange unterdrückt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie explodiert. Ich habe mich gerade ein bisschen am Strand entspannt, als mich plötzlich ein unheilvolles Grauen überkam. Ich frage mich, was ihr so treibt. Moment! Diese Stimme kenne ich. Oh weh, was hat die getan? Schnell wieder in die Zelle mit ihr! Milhouse! Jetzt bist du dran! Bereit zu explodieren? Das ist zu weit entfernt. Jetzt setzt es was! Das ist überhaupt nicht mein Name! Danke auch! Ihr habt keine Ahnung, was ihr heute auf die Welt losgelassen habt! rein zufällig muss ich mich ganz dringend um etwas kümmern! Das ist das, was ihr heute auf die Welt losgelassen habt! Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ich muss näher ran. 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 Ich muss näher ran ran. Ich muss näher 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 ran. Bewege. Das Licht sei mit Euch. Ziehe den Ehrenfreund. Lass uns reden. Fasst Mut. Wir sind nicht allein. Wir sind nicht allein. Wir sind nicht allein. Wir sind nicht allein. Das war's für heute. 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 Nur ihr und ich... Das war's für heute. Das war's für heute. Und ich... Das war's für heute. Und ich... Das war's für heute. Das war's für heute. Ich kann's für heute. Ich kann das nicht angreifen. Das war's für heute. 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 Oh nein. Ich bin aus der Fall. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin außer Weichreich. Ich bin außer Weichreich. Ich brauche ein Tief. 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 Das ist eine große Herausforderung. Das ist zu weit, ich glaube. Das war's für heute. So treffen wir uns wieder, Schweppling. Nur ihr und ich und meine Wachen. Die Sturme könnt ihr nicht aufhalten. Das ist zu weit in town. Ich habe kein Ziel. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Das ist zu weit entfernt. Das ist zu weit entfernt. Mir scheint, wir haben störend Friede. Das ist zu weit entfernt. Ich muss näher ran. Das ist zu weit entfernt. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Ich brauche ein Ziel. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Das ist zu weit im Hintergrund. Was ist das? 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 Ich bin außer Reichweite Die Erde erzittert vor der kommenden Stufe Die Erde erzittert vor der Erde erzittert vor der Erde ist Ist beinahe hier Was ist das? 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 Es war die interessante Also hat uns das. Das war sagt sie. Viel Glück. Was geht ab? Der Putergang Dalaransch beginnt hier. Das Blut dieser Gefangenen wird die Straßen rot färben. Danach wird die Legion die Stadt auf die Erde stürzen lassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich muss näher ran. Ich brauche ein Ziel. Das ist zu weit in front. Das ist zu weit in front. Das ist zu weit in front. Ich brauche ein Ziel. Ich habe Schleppen gesehen, die eure finstersten Albträume in den Schatten stellen. Doch nie etwas derart vorsterregendes. Eine wütende, gnomische Erfinderin. Ah, endlich frei von dieser verfluchten Falle. So ein... Hey da! Ich habe mich gerade ein bisschen am Strand entspannt, als mich plötzlich ein unheilvolles Grauen überkam. Ich frage mich, was ihr so treibt. Moment! Diese Stimme kenne ich. Oh weh, was habt ihr getan? Schnell wieder in die Zelle mit ihr! Milhouse! Jetzt bist du dran! Bereit zu explodieren? Entschau'n die Eichhörnchenbomben! Bevor die Ex-zu- Macht euch über ihre Haare zu sehen! Ist eigentlich nicht so, dass man kippt! Sauer! Der Unsicht! Mein Haar ist kaputt! Wer ist dein Eichhörnchen? Hör mir auf mit Millie! Millhouse-Jerrymus-Mana-Sturm! Jetzt setzt es was! Das ist überhaupt nicht mein Name! Danke auch! Ihr habt keine Ahnung, was ihr heute auf die Welt losgelassen habt! Nein, zufällig muss ich mich ganz dringend um etwas kümmern! Ich warte nichts, was ihr heute ab나 있고? Ich bekomme die Welt losgelassen, was ihr heute zerfassst. Rennen. Ja! 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 Ja, ja! Was ist das? Das ist zu weit entfernt. Ich muss lernen. Ich bin außer Reichweite. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Ich habe keine Ziel. Das ist zu weit entfernt. Eure Rüstung schützt euch gegen Klinge und Klaue. Doch nicht gegen diesen Gesichtslosen. Sein Flüstern allein kann Sterbliche in den Wahnsinn treiben. Ich kann das nicht angreifen. Ich bin der Wahnsinn. Spannende Musik. Ich kann das auf und ab. Ich kann das in den Garten, nicht allein. Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das? Das war die Funktion. Es ist zu weit im Zahn. Es ist zu weit im Zahn. Es ist zu weit im Zahn. Das ist zu weit im Fall. Ich bin außer Reichweite. Die Gefahren sind enttäuschend. Wenn sie euch nicht beziehen, zu Hicke sehen! Ich werde die Feuer nicht sehen. Impertinenz! Dafür werdet ihr lange leiden und zwar vollsterben! Mein Lord! Ich habe... versagt! Ich werde die Feuer nicht sehen. Wie darf ich helfen? Seid vorsichtig. Seid vorsichtig. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mutter aller Dürmer, erhebt euch! Wenn sie die Beschwörung abschließen, kommen wir nicht mehr zu Darkwood durch! Das ist zu weit. Was? Nein! Was? 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 Wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen Darkrul jetzt angreisen. Verzeiht, Helden. Es scheint, der Schatz, den ihr sucht, befindet sich am anderen Ende dieser Bestie. Die Tauren glauben, ihr seid dazu bestätigt, meinen Hammer zu stehlen? Lächerlich! Seien sie nur kommen. Was? Dann seht ihr, was passiert, wenn man sich gegen den Haus hämmen und der Macht der Titane gesteckt. Ich bin auch in Reichweite. Es ist zu weit, wenn ich nicht loskomme. Mehrer. Verzeiht, ich muss euch hier verlassen. Doch wisset, ich habe eure Taten mit Stolz vertreibt und bin sicher, und das Druckwerk ist in dieser entscheidenden Stunde die Fehl benötigt. Zerreiß dich! Zerreiß dich! Zerreiß dich! Ich muss näher ran! Ja, versuch nur, für den Hammer weg zu heben! Wir wollen Knochen zermalmen! Ich muss näher ran! Ich bin außer Reise! Ich bin außer Reise! Ja! Ich bin außer Reise! Wir wollen Knochen zermalmen! Wir wollen Knochen zermalmen! Wacht! Wacht! Wir wollen Knochen! Wie ist das möglich? Ich... Ich bin der Auserwählte! Der Hammer hat euch nie erwählt, Darkul. Er wählt einen Träger von wahrer Stärke. Und ihr seid diesem Anspruch nicht gewachsen. Es ist vollbracht, Helden! Jetzt, da Darkul tot ist und wir den Hammer zurück haben, sind die Trogba geschlagen. Nun können wir uns der schweren Aufgabe widmen, die Stämme wieder zu vereinen. Aber das Gleichgewicht auf dem Hochberg ist wieder hergestellt. Das Gleichgewicht wird Das ist zu weit im Verlust. 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 Ich habe kein Ziel. Das ist zu weit. Ich habe kein Ziel. Wer sich mir in die Webstätten liegt, lediglich eine frugende Kral vor dem Tod entheben. Diese Worte erfolgt Savios Schand. Schweigt still, Wurm. Mit euch befasse ich mich in Kürze. Ich bin außer Reichweite. Ich brauche ein Ziel. Ich bin außer Reichweite. Ich brauche nichts für mich. Be bait. Ich brauche etwas herringes. Geh! Ich muss näher ran. Ich bin außer Reinfeld. Ich bin außer Reinfeld. Ich bin außer Reinfeld. Ah! Ich bin außer Reichweite. Ich muss nicht mehr. Das ist Timmat im Fallen. Ich bin außer Reichweite. Die Welt ist. Eure Macht brennt. Andu Falasor! Ich bin außer Reitwein. Jetzt zieh dich. Ich bin der Entweiher. Jetzt genießt es und betet, dass ich nicht der Nächste bin. Sie werden bestens gerüstet sein, denn eure wahre Macht endet an der Schwelle des Alptaums. Schweigt, gämmerlicher Licht. Öffnet eure Mund erneut und es wird ein Schrei nach Gnade sein. Ich bin zu weit im Türen. 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 Die Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweiten. Ich bin außer Reichweiten. Ich bin außer Reichweiten. Ich bin außer Reichweiten. Noch ein Ziel. Noch ein Ziel. Mit meinem Stamm ranne ich euch in den Schlamm. Hätte ich doch besser vorher auf Holz geklopft. Ich bin außer Reichweite. 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 Was ist das? Was? 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 Um... Ah! Was ist die Weite? Was ist die Weite? Ich muss näher heran. Ich habe kein Ziel. Ich habe kein Ziel. Ich habe kein Ziel. Es ist zu weit und kaum. Ich bin außer Reichweite. 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 Das ist zu weit in Ordnung, wenn es nicht ist. Wir werden langsam und kalt unter Ihnen ziehen. Nein, nein, ich akzeptiere das nicht. Ein wohlverdienter Sieg. Dennoch müssen wir wachsam bleiben. Xavius lauert noch tief im Albtraum, unbesiegt. Dieser Gegner war lediglich sein Schatten. Schatten, 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 schatten. Schatten, schatten. Beallt euch, Freunde! Jeden Moment, den wir hier vergeuden, trittet Dargrun mehr von unseren Verbündeten! Meines Vaters uralter Hoth, das Gestein pulsiert noch immer vor Energie, die besser unberührt bleibt. Beallt euch, wenn du mit dieser Stimme hast, bitte! Das ist zu weit und zu weit. Das ist zu weit. Das ist zu weit. Das ist zu weit. Wir führen diese Eindringlinge gegen uns ins Feld. Ularok! Dargul darf den Hammer nicht kontrollieren! Er wird den Hochberg damit zerstören! Nicht erobern! Sei's drum. Ich werde jeden Moment davon genießen. Rokmura! Zerschmettert sie! Rokmura! Ich bin näher heran. Ich bin außerhalb weit. Sie wissen jetzt, dass wir kommen. Ich hoffe, unsere Verbündeten können ihre Hauptstreitmacht so lange beschäftigen, bis unsere Mission erfolgreich war. Schnell, ab in die Fässer! Ich werde sie aufhalten und euch flussabwärts treffen! Der Unterkönig lässt die Knochen meines Vaters von Sklaven ausgraben? Wo versteckt ihr eure Vorräte? Das ist zu weit entfernt. Ihr habt uns schon an unser Essen genommen. Sucht alles ab! Dieser Abschau versteckt Traktionen vor der Armee! Ihr könnt nicht, dann esst ihr auch nicht! Und sie deswegen be fortresset ihr showeriert. Ich spreche. Es ist nel Was ist das? Das ist ein Wettbewerb. 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 Verzeih, Das ist ein Wettbewerb. 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 Die Erde will und träumt auf meinen Perfil. Wir werden eure Knochen zermalmen. Wie ist das möglich? Ich, ich, ich bin der Auserwählte. Der Hammer hat euch nie erwählt, Dargul. Er wählt einen Träger von wahrer Stärke. Und ihr seid diesem Anspruch nicht gewachsen. Es ist vollbracht, Helden. Jetzt da Dargul tot ist und wir den Hammer zurück haben, sind die Drogba geschlagen. Nun können wir uns der schweren Aufgabe widmen, die Stämme wieder zu vereinen. Aber das Gleichgewicht auf dem Hochberg ist wieder hergestellt. Ich liefere nur feinste Waren. Schönen guten Tag! Ich liefere nur feinste Waren. Schönen guten Tag! Ich liefere nur feinste Waren. Schönen Tag! Schönen Tag! Paaren uns? Schönen Tag! Schönen Tag! Mögen die Reisen sicher sein. Was führt euch hierher? Lange habe ich die Ankunft furchtloser Champions erwartet. Seht, die Hallen der Papferheit. Hier wird sich zeigen, woraus ihr gemacht seid. Seid gewürdig, soll die Aegis von Agramar euch gehören. Es ist zu weit und fern. Ich will außer reich bleiben. 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 Ich bin außer reich bleiben. Ein glorreicher Kampf. Ihr dürft passieren. Vor euch liegt eure nächste Prüfung. Besiegt Hürja und Fenrir. Beweist mir, dass ihr wirklich seid. Schweren. Zurück. Schweren. 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 Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Mit Mut und großer Ehre erkämpfen sich Hürriah ihr Recht auf dieses heiligste aller Rituale. Nun soll sie hervorsteigen als eine meiner erwähnten Wahlkriege. Und die Nadel soll ewiglich durch diese gültigen Gemälde scheinen. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Seid ihr nervös, Hürriah? Es ist verständlich, wenn... Keineswegs. Was ist so da? Ich bin aufgeregt. Mein Leben hat ein Sieg zu diesem glorreichen Moment. Ich bin außer Reichweite. 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 Der Zahn des Sturms dient eurem Wort. Das Licht erstrahlt auf ewig in euch, Høya. Ich werde nicht versagen, Eir! Vergebt mir, Eir! Ich habe euch enttäuscht! Drei! 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 Das ist zu weit entfernt. 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 Eine letzte Prüfung erwartet euch noch. Ich. Triumphiert ihr, werde ich selbst eure Namen in diese Heiligen Hallen meißeln und euch eine würdige Belohnung gewähren. Mein Valachar. Welche Siege habt ihr mir zu verkünden? Seit E.O. hatte ich keinen würdigen Gegner. Lasst den Kampf beginnen! Geht auf, oder ihr spürt meine wahre Macht! Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Geht auf! Genug. Ich gebe auf. Ihr seid wahrhaft bemerkenswerte Kreaturen. Nun, wie versprochen, eure gerechte Belohnung. Für ihr habt ihr keine Probleme verletzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist das? Ah! Auch ein Ziel. Ich bin auch vorbei. Was ist das? 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 Mit Dualwälder, bereitet euch vor. Wir werden sie nicht enttäuschen. Was ist das? 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 Wir werden sie nicht vestigen. Das ist das. Was ist das? Was ist das? Das war's für heute. Ja! Das war's für heute. So treffen wir uns wieder. Nur ihr und ich und meine Wachtturm. Was, Nattern, erträgt sie, die Stimme. Könnt ihr nicht aufhalten? Geht, Glocken! Ja! 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 Das ist zu weit im Fels. 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 Ja! Das ist zu weit im Fels. Das ist zu weit im Fels. Ich muss im Fels. Das ist zu weit im Fels. Das ist zu weit im Fels. Ich bin im Fels. Ich muss im Fels. Das ist zu weit 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 im Fels. Ich bin im Fels. Das ist zu weit 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 im Fels.